Sechs Monate lang konnte ich nicht schlafen. Schlaflosigkeit vernebelt die Realität. Alles ist weit weg. Alles ist eine Kopie. Eine Kopie. Eine Kopie. Die Leute fragen mich immer, ob ich Tyler Dürden kenne. Ist klar. Lassen Sie mich zu Tyler Dürden ein paar Worte sagen. Hallo. Ey, tue mir mal einen Gefallen. Schlag mich mal so ab, wie du kannst. Schlag mich so ab, wie du kannst. Los, Mann. Los, Mann. Schlag mich so ab, wie du kannst. Komm, Mann. Los. Komm her. Ich will es mir einen Gefallen tust, Mann. Schlag mich so ab, wie du kannst, Mann. Komm. Hol uns für Sachen. Nee, komm. Ich will nicht ohne Narbenstärung. Komm. Sieht dir aus. Wohin? Soll ich jetzt schon? Ja, komm. Los. Los, komm. Wohin? Scheißegal. Überraschung. Einfach so. Alter. Was? Du hast mir voll aufs Ohr geschlagen, Alter. Mach das mal. Nein. Das war einfach. Boah. Boah. Gentlemen, willkommen im Pride Club. Die erste Regel des Fight Club ist, wir verlieren kein Wort über den Fight Club. Die achte Regel des Fight Club ist, wer neu ist, muss kämpfen. Gentlemen, bitte. Bedenkete Regel Nummer 3. Es kämpfen immer nur zwei Leute. Warum tut ihr das? Warum? 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 Warum tut sie das? Warum tut sie das? Nein. Das ist eine chemische Verbrennung. Verschließ dich nicht vor dem Schmerz. Verdräng ihn nicht. Bitte. Hör auf. Das ist dein Schmerz. Das ist deine Hand. Sie ist genau hier. Ich bin in meine Höhle. Ich bin in meine Höhle. Das ist der schönste Moment in deinem Leben. Du bist irgendwo. Ich bin Jacks mangelndes Interesse an Zivilcourage. Oder auch nicht. Ich bin Jacks Interesse an Zivilcourage. Er muss den Schmerz genießen. Du weißt nicht, wie das ist. Es ist sein Schmerz. Es ist seine chemische Verbrennung. Man muss sie genießen. Ich weiß, wie das ist. Wollen Sie voll die Zeit rufen? Sie müssen mich festnehmen. Ich bin der Kopf einer terroristischen Organisation. Wir sind für mehrere Vandalismusakte in der Stadt verantwortlich. Detective Stern. Weiß ja, wie sie... Where is my mind? Where is my... BANG! Und so habe ich Tyler Durden kennengelernt. Wir sollten das irgendwann wiederholen, Tyler. Was wiederholen? Das ist das Schmeißene an dir, ey.